Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary WoW Shadowlands M Plus Keys. Wenn ihr auch mal was einschicken wollt, alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Die letzten Keys, die waren ein bisschen niedrigstufiger, ein bisschen 15, 16, 17 und jetzt sind wir gleich mal wieder am Ausrassen in der Königsklasse Hallen der Sühne plus 26. Aus Sicht unseres lieben Frostmagiers und die Gruppe hat so richtig Bock und denkt sich, yo, das ist ja nur ein heroischer Dungeon, wir pullen einfach alles zusammen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ach nee, ist ja plus 26, liebe Leute. Der Vorteil ist, sie haben Afixi stürmisch dabei, das heißt, sie müssen einfach nur auf diese Stürme aufpassen und sie haben tyrannisch, das heißt Bossgegner haben mehr Leben, machen mehr Schaden und das bedeutet, sie können hier in den Trash so rein eskalieren, wenn richtig ausgewichen, wenn richtig gekickt wird. Und das Schöne bei den Stürmen ist ja, dass wenn die Milis Bock haben, die einfach reinrennen können, dann kriegen die auch den Knock-Up mit so ein bisschen Rückstoß gelöst, aber dann kreisen die nicht die ganze Zeit rum und fucken dann noch die Caster oder im schlimmsten Fall den Heiler ab. Das heißt, wenn man da nicht richtig ausweichen kann, dann ist das manchmal gar nicht so schlimm, weil man tut dem Rest der Gruppe im schlimmsten Fall einen Gefallen und ich glaube, damit kann man dann auch noch leben, insofern der Heiler nicht sagt, hey Bro, du musst da aufpassen, sonst landest du noch in der blutigen Pfütze und so weiter, deswegen moven sie ja überhaupt so lustig hin und her, dass sie natürlich nicht drin stehen bleiben. Die gegnerischen Mobs nennen diese blutigen Pfützen, die natürlich mit dem blutigen Affix zusammenhängen. Die sorgen dafür, dass wir Schaden bekommen, wenn wir drin stehen. Die gegnerischen Mobs allerdings, die werden dann gegengeheilt und das willst du auf so einer Key-Stufe natürlich überhaupt nicht haben, egal ob tyrannisch oder verstärkt. Aber wir sehen, mit diesen Affixen kann man hier wirklich etwas sorgenfreier rein eskalieren. Es ist der Wahnsinn, was da an Schadenzahlen schon wieder aufploppt. Ja, dazu dann macht er ja auch, sobald es ready ist, hier gerade zum Anfang, zum Engage nahezu, als alle richtig standen, ja, die Paktfähigkeit der Nightfall mit reingezimmert, macht AOE-Schaden, verringert Abklingzeiten von Kernfähigkeiten, ja, also auch eine großartige Sache. Und dann natürlich mit dem Frostback ist immer eine willkommene Geschichte, in den Gruppen zumindest, wenn ich da als Tank sprechen kann, gerade wenn ich auch an nekrotischen, an wütenden Affix denke, ja, wenn man da die Mops mal so ein bisschen kiten muss, ein bisschen an Land gewinnen muss, dann ist der Frostmagier natürlich jemand, der für dauerhafte Verlangsamungen sorgt und das ist immer herrlich, auch herrlich, wie sie beide gerade mit schönen Tippelschritten um den Sturm drumherum gewuselt sind. Na, bloß nicht noch reingehen, alles cool, jetzt wieder schön in der Rune. Und von der Rune und von euch konnte ich ja einiges lernen, das wusste ich in der Tat noch nicht und hab mich beim letzten Mal ja so ein bisschen gewundert, hä, warum steppt er denn immer so komisch aus der Rune raus, warum setzt er sie überhaupt, ne, wenn er da keinen Fick gibt, das liegt da dran, dass der Radius der Rune größer ist, als wir es hier visuell auf den Boden gepappt haben, ne, das heißt, du hast ja als Magier doch so ein paar Freiräume dich noch zu bewegen und das heißt, unser Magier hat keinen großen Batzen auf die Rune gekackt, sondern hat einfach sehr, sehr wissend diesen maximalen Radius eben austariert, um dann besseres Positioning natürlich rausholen zu können, um doch mal noch einem Effekt ausweichen zu können und gleichzeitig vom Runenbonus zu profitieren. Das sind natürlich dann die Feinschliffe, ne, die ich mit meinem Magier wohl niemals haben werde. Worauf man allerdings auch achten muss, ist, dass der Frostmagier natürlich wirklich mit allem verlangsamt, ja, Frostblitz verlangsamt, Blizzard verlangsamt, man steht morgens auf, verlangsamt, guck mal ein Kätzchen, verlangsamt, ja, ihr ahnt es sich ja bereits. Und dementsprechend muss man ja als Tank gerade beim blutigen Affix natürlich auch noch den ein oder anderen Schritt mehr mit einberechnen, wenn die Mobs kurz davor sind zu sterben und man dann eben erreichen möchte, dass keiner von denen in so einer Pfütze stehen bleibt, naja, dann muss man eben bedenken, dass die verlangsamt sind und dann vielleicht noch ein bisschen früher anfangen zu ziehen, ja, damit die dann eben nicht noch eine Stunde lang durch diese Pfütze rennen, weil, und ich sag's ja so gern, die sind verlangsamt, sehr schöne Sache. Auch hier wieder ordentlich zusammengepult, ja, unser Mage, unsere Eule, die rasten hier wirklich komplett aus, aber wir sehen auch, unser Monk, der muss sich hier erst gar nicht verstecken. Schaut mal unten rechts auf das Schadensmeter, also der Windwalker, das ist ja sowieso eine geisteskranke Geschichte, ne, fast schon eine Erfolgsgeschichte. Ich erinnere mich an die Shadowlands Alpha, an die Shadowlands Beta und sag's ja immer wieder ganz gern, ich habe zu allen Klassen, zu allen Specs, habe ich Torgast-Videos gemacht, wo ich einfach die Bonus-Effekte, die man da bekommt, ne, so ein bisschen das Gameplay, die Veränderungen gezeigt habe und der Monk, der hat mega viel Spaß gemacht, der hatte crazy Bonus-Effekte, der ist aber bis heute der, der am allerwenigsten geklickt wurde. Und dann dachte ich, na, das ist eigentlich schade, ne, weil der Monk, der ist bei vielen auch so ein bisschen in Ungnade gefallen, aber mit Shadowlands hat er erst richtig wieder gebockt, ne. Und dann, dann ging es rasant nach oben, war natürlich nur ein kleines begrenztes Blickfeld, was ich da im Rahmen unserer Community abgesteckt hatte, aber manchmal ist da ja auch ein Krümel Wahrheit dran, wenn man's dann auf die Masse projiziert, ne. Und ich hab mich sehr gefreut für den Monk, dass der dann so durch die Gecke, Gecke-Ding, genau, Decke ging. Na, da hab ich letztens erst so ein Meme gesehen, wenn man anfängt, PvP spielen zu wollen, auch mit nem Twink, ne. Erstmal Maximalstufe, dann die Seelenband-Dinger hochtreiben, die Medien entsprechend jagen, ja. Dann natürlich die Ehrenpunkte vollmachen und, 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 ja. Und dann hatte man da so einen riesigen Eisberg voll Tätigkeiten, die man ausführen muss, um dann endlich in der Arena so ein bisschen abzugehen. Und am Ende stand dann nach all dieser Vorbereitung, nach all dieser investierten Zeit, ja, da wirst du trotzdem vom Windwalker gewonshottet, ne. GG, mein Freund. Also, das ist ne interessante Entwicklung, auf die ich immer sehr gern mit nem lachenden und auch mit nem weinenden Auge irgendwie, wenn ich an diese Memes denke, zurückblicke. Ja, oder generell noch draufblicke, ne. Aktuell sind wir ja noch mittendrin und wir sehen, hier gibt es doch ganz anständigen Schaden auch für unsere Gruppe. Aber auch der Vorteil ist, ja, Freunde, die haben auch nen Heiler. Der Heiler hat das ähnlich drauf wie unsere DDs ja und deswegen müssen sie sich da natürlich absolut keine Sorgen machen. Wir kommen jetzt zum ersten Toggers-Bonus, das war ja der erste Elite-General und da nimmt man natürlich das Brandmal des Champions, ist es dann, denke ich mal, im Deutschen, oder? Champions-Brand kann das sein. Auf jeden Fall erhöht das einen Sekundärwert und zwar immer dann, wenn ihr über 70% Gesundheit habt und das scheint unsere Gruppe ja wirklich drauf zu haben, das wissen wir auch aus den vorherigen Replays. Wir haben, wollen wir mal schauen, jetzt schon 43% Trash gemacht, Freunde, ein wahres Gedicht. Da vorne die Jägerin, die Hundemeisterin, erstmal geschiebt, dass sie in der Position bleiben, wie es aussah. Todesritter geht natürlich rein, schön bei den Necrolords, ne, zusätzliche Gliedmaße ist da unsere Paktfähigkeit. Da wächst ein extra Arm aus eurem Rücken, schlägt um sich, macht Schaden und zieht regelmäßig Ziele ran, die eben ein bisschen weiter entfernt stehen und das ist natürlich auch super, ja. Todesritter generell, du hast den dunklen Befehl als Spott, du hast den Todesgriff, der verspottet, der auch noch die Position verändern kann, also ich wüsste manchmal gar nicht, was ich mit einem anderen Tank machen soll, ne, der nicht diese Option hat, aber gut, wenn es jetzt ein Caster ist als Paladin, dein Schild des Rächers, dann bist du bei den Kyrianern, hast noch den göttlichen Glockenschlag, dann ist alles einmal gesilenced, ne, wenn du Pech hast, sogar deine eigene Familie, die irgendwo nebenan wohnt, ne, zack, springt das Ding über. So viele Schilde pfeffert der Paladin ja mittlerweile um sich, aber als Todesritter, ne, da bist du immer auf der sicheren Seite, was auch Spott und das gegnerische Positioning eben angeht. Sehr schön, wie jetzt hier schon, vorhin habe ich es angesprochen, dass große Kiten losging, ne, für die Sicherheit, alles ist irgendwie verlangsam, man kann sich dann ja auch nicht wirklich sicher sein, wird vielleicht noch ein DD in den Sun raushauen, gerade kann keiner kicken oder wie auch immer. Wobei das, denke ich, bei dieser Gruppe eher seltener passiert, ne, wir sehen es ja am Interface, guck mal oben links, wirklich alles aufgelistet, was geht, ja. Da sehen wir nicht nur die Paralyse vom Monk, da sehen wir nicht nur das Ersticken vom Todesritter oder den Hammer der Gerechtigkeit vom Paladin, da sehen wir auch diesen Ansturm vom Hochbergtauren, ne, wo die nach vorne rennen und dann auch noch mal kurz betäuben. Selbst da haben die Kollegen hier einen Blick drauf. Dann ein Stück rechts von diesen CD-Anzeigen, ja, da haben wir die Kick-Übersicht, wo auch ein Timer abläuft, dass man immer sehen kann, wer ist gleich wieder ready, wie kriegen wir das hin und guckt euch das mal wirklich an, da waren gerade alle bedient, ne, die hauen das wirklich raus. Also hier wird gekickt, hier wird sich abgestimmt, es ist wirklich ein Festival, ja, ein Festival des in die Schnauze Tretens, damit auch ordentlich die Fresse gehalten wird und das muss man ja erstmal hinbekommen. Also hier läuft wirklich alles mit nahezu perfekter Präzision und das ist immer wieder ein wahres Gedicht, das zu sehen, denn es ist ja nicht nur das, ne, es geht ja jetzt nicht nur darum, hier schön zu kicken oder mal schön zu heilen oder jetzt mal günstig in der Rune zu stehen oder zu blinzeln, das läuft ja alles parallel ab, während noch wahnsinniger Schaden rausgeballert wird. Möchte ich gern noch mal so ein bisschen hervorheben, weil das ist eine enorme Leistung, die hier jedes Mal vom Zaun gebrochen würde. Oh, habt ihr das gesehen, wie viel Schaden dieser Golem doch schon macht und das ohne verstärkt, ohne Wüten. Also da weiß man schon, warum sie für die Hallen der Sühne diese Woche auch genommen haben, ne. Da scheint das alles ein bisschen gnädiger zu funktionieren. Jetzt geht's da noch mal rein, die letzten Trash-Prozente hier vorne voll machen und dann geht es auch langsam Richtung erster tyrannischer Boss. Und Hallen der Sühne ist nach wie vor ja doch mein Lieblings-Dungeon. Ich hätte fast gesagt, einer meiner Lieblings-Dungeons, aber Hallen der Sühne, da waren wir so oft drin, da kenn sogar ich mittlerweile die Routen, aber das kann ich mir natürlich auf den Key-Stufen gleich wieder abschminken, weil diese Mobs, könnte ich schwören, habe ich noch nie gefeitet. Die habe ich einfach noch nie bekämpft, die habe ich noch nie getötet. Wenn mich jemand auf der Straße erwischt hätte und hätte mich ins Quiz-Taxi gezerrt oder so und dann wäre die Frage gekommen, stehen da bei diesem Tor eigentlich Mobs in den Hallen der Sühne, hätte ich gesagt, nö, wieso und hätte gleich zu Fuß nach Hause gehen können, ne. So ein Ding wäre das gewesen. Was machen sie jetzt? Wollen sie den Boss hier in die Ecke ziehen, um da vorne die großen Trash-Gruppen zu vermeiden, oder? Planen sie hier den nächsten Big Pull. Haben sie irgendwas über den Zaun jetzt schon gepullt? Tatsächlich, die große Fledermaus kommt runter, die kann ja aber von einem Venture auch übernommen werden, haben sie vorhin schon gemacht. Da ist das Schöne dann dabei, dass die Fledermaus natürlich ordentlich Schaden rausrotzt, aber auch einen Buff auf die Gruppe wirkt, der den erlittenen Schaden wiederum verringert. Ah, und gucke da, da haben sie jetzt beide genommen und jetzt geht's in den Boss rein und nehmen sie wirklich? Nein. Sie nehmen diese Gruppe mit, Leute, ich hab Angst vor dieser Gruppe. Alleine diese Hundemeisterinnen, ne, die können treue Tiere buffen und zwar ihren treuen Tieren, diesen Gargon-Steinhunden und dann machen die auch so viel Schaden. Holy fuck, das heißt, unsere Gruppe muss jetzt hier den Bosskampf managen auf Tyrannisch, die müssen jetzt die Trash-Gruppe in den Griff bekommen, die müssen nach wie vor richtig kicken, das scheint zu funktionieren. Das sehen wir ja in unserer wunderbaren Übersicht, aber was hier gerade alles parallel abläuft, Freunde, das ist ja geisteskrank. Ich fühle mich gerade vom Zuschauen wie im Mathe-Abi. Ich sitze so da und denke, ja, hoffentlich eine E-Funktion, ne, und dann kommt der riesige rote Steingolem und smasht dir einfach deinen Taschenrechner kaputt. Also so hat sich das für mich damals angefühlt und so fühlt es sich auch heute an. Sehr schön alles verlangsamt, wie sie die jetzt da einfach in den sicheren Totkeiten, die blutigfützen, einfach in die Voids reinlegen, wo sowieso keiner mehr rein darf. Ja, Wollo, diese Glassplitter, hier einfach durchgeblinzelt für die bessere Position, und jetzt wunderbar die Eisnanzenprox noch verbraten. Oh, das war natürlich frech. Frecher Sprung, aber unser Tank ist ran. Das Schnellfeuer, das wurde einfach mal hingenommen und dann darf jetzt auch diese Dame ihr Lebenslicht einmal auspusten. Hab tatsächlich noch eine räudige Blutigfütze dahin gekackt und noch einen Sturm entfesselt. Aber Leute, ich sag's mal so, das war ja der Wahnsinn, wie sie das gerade gemanagt haben. Der Schaden noch dazu. Unser Monk vor allem wieder so weit vorne, obwohl bei unserem Magier alles explodierte, was ging. Es ist wirklich geisteskrank mit anzusehen. Und da war natürlich der Buff der Fledermäuse erst recht willkommen. Also man nimmt natürlich verringerten, erlittenen Schaden immer sehr gern mit als Gruppe. Das ist klar, egal ob plus 2 oder plus 20. Aber bei so einem Pull, Junge, da nimmst du ja am liebsten noch die Pallybubble dazu. Seien wir ehrlich. Mein lieber Herr-Heiler-Verein. Wo wir übrigens gerade vom lieben Herr-Heiler-Verein sprechen, ist euch noch was aufgefallen, Freunde, beim Blick aufs Schadensmeter unten rechts. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendein Fehler der Matrix, der macht sich hier über uns alle lustig. Ist das krank, Leute, diese Gruppe. Noch schön Blink, Seelengestalt, jawohl, alles für die bessere Position. Die Fledermaus hier hinten konnte jetzt natürlich noch mitgenommen werden, ausgezeichnet. Wieder ein bisschen Bonusschaden. Plus 26 Tyrannisch, Leute. Der Boss ist jetzt erst bei unter 40% Leben, also gerade so. Und da nimmst du natürlich gerne auch nochmal den verringerten Schaden. Guck mal, was unser Todesritter da zum Teil für Schellen bekommt. Habt ihr das gesehen? Smash in die Fresse. Und erst mal Richtung 50% gedroppt. Also da ist man ja dankbar für diese Phasen gerade. Damit man da auch ein bisschen was überbrücken kann. Und sei es nur für den Mana-Rack. Nein, nein, das macht er nicht. Das macht er nicht wirklich, oder? Ah, er schiebt den einfach, okay. Ich dachte schon, jetzt kommt die Eislanze, ne? Ist ein bisschen langweilig, der Kampf hier. Ja, ja, komm, wir holen mal. Wir holen mal noch die restlichen Trash-Prozente mit ran, ne? Wir haben ja noch eine Fledermaus, ne? So wahnsinnig sind sie dann doch nicht. Und sehr schön zu sehen... Wait, nochmal schieb. Okay, so wahnsinnig sind sie dann doch nicht. Und sehr schön zu sehen, wie sie jetzt auch diese Position nutzen. Und schaut mal, die nächste kleine Gräbertruppe, die wird einfach doch noch mit ran gepullt, um das Maximum natürlich aus der Zeit rauszuholen, die jetzt hier während des Bosskampfes natürlich drauf geht. Und so eine kleine Gräbergruppe, die kriegt man, glaube ich, auch recht schnell in den Griff. Da dürften jetzt die Wirbelstürmer wieder das mit Nervigste sein. Aber habt ihr gesehen gerade? Unser Monk einfach rein. Ja, der fliegt ein bisschen hoch, der wirkt seinen Kranichtritt weiter, macht während des Fliegens gerade schon wieder einfach AOE und dann hat sich das auch gegessen. Crazy, Leute. Es ist wieder kalt, ne? Meine Stimme wollte sich gerade schon auf spontan verabschieden. Kennt ihr das? Wenn ihr schön im Herbst, im Winter Fenster offen habt beim Schlafen, dann wacht ihr auf und euer Körper so... Wissen wir, da geht's mir auch wie dem Boss jetzt gerade in diesem Moment. Wollte ich aufstehen und fall genauso einfach auf den Rücken wieder, weißt du? Erstmal unter die warme Decke, ja, erstmal die eingefrorenen Stimmbänder und so weiter wieder aufwärmen. Junge, Junge, das ist immer gefährlich. Und dann hier links noch dieser eisige Torgastgeneral, der einfach stehen gelassen wird. Hätte man ja mitnehmen können vor dem Boss, aber unsere Gruppe sagt, nee, also den zu bekämpfen, das dauert. Der Bonus, den es da gibt, der ist auch nicht wirklich schön und wir flitzen jetzt hier einfach durch. Die haben nämlich schon fast 80 Prozent vom Trash hier ganz am Anfang gemacht und wissen natürlich sehr versiert und sehr genau, was sie hier noch brauchen. Und das heißt, vom einen tyrannischen Bosskampf gehen wir jetzt nahtlos, nahezu nahtlos in den zweiten Reihen. Der gute Echelon, der ja in der Beta auch unglaublich krank skaliert war, mit Markierungen. Mal sehen, wofür die Markierung ist. Ist das nur die Mage-Markierung oder kommt da der Boss hin? Jawohl, weil dieser Kampf wird natürlich eine Weile brauchen. Und das heißt, mit den Pfützen und so weiter müssen sie auch ein bisschen aufpassen. Jawohl, schaut mal, sehr sauber abgelegt. Haben sie mit den blutigen Pfützen ja auch schon schön trainieren können. Und dann kann man das jetzt schön dicht an dicht pflastern und hat dann eben eine Menge Raum noch frei. Und den werden sie brauchen, denn wir haben gesehen, wie lange der erste Fight schon ging. Junge, wie schnell gerade die Ads zerlegt wurden. Unser Mage jetzt natürlich schön in die Nähe. Wow, okay, okay. In die Nähe der Ads. Bei Echelon ist es so, dass ein Haufen kleine Ads kommen. Diese kleinen Ads müssen dann getötet werden. Ein Problem ist, das sind eben Steingeborene, das sind kleine Gargoyles. Das heißt, wenn ihr Leben null erreicht, dann frieren die quasi ein in ihrer Steinform und laden sich mit der Zeit wieder auf. Der Boss macht allerdings so einen Zerschmetternangriff. Das war eben auf den Mage gelenkt worden. Der hat dann so einen Kreis um sich rum und in diesem Kreis wird dann eben neben dem Hauptziel alles kaputt geschmettert. Sehen wir jetzt da auch nochmal. Auf unserem Kollegen. Oh, auch rausgesprungen. Wow. Wow. Okay. Okay, er ist einfach schön rausgerollt. Es war der Monk, wenn ich mich nicht irre. Rausgerollt, zack, kein Ding. Das ist ja mega stark. Und wenn dann natürlich keine Ads in der Nähe sind, die durch diesen Schlag dann endgültig zerstört werden, dann sollte man zumindest gucken, dass man den Schlag nicht in die Gruppe lenkt. Und wie wir gerade gesehen haben, kann man mit nahezu perfektem Timing sich da selber auch draus befreien. Das heißt, unser Mage lenkt den Smash jetzt in die Ads und kurz bevor der Boss quasi aufkommt, während er schon springt, blinkt er sich raus und der Boss ändert dann die Position nicht nochmal. Er ist ja schon in der Luft und smasht dann quasi trotzdem die Ads kaputt, ohne dass das eigentliche Ziel Schaden bekommt. Sehr, sehr fresh. Muss ich wieder mal gestehen, habe ich so in dieser Form auch noch nicht gesehen, was eventuell auch daran liegt, dass unsere Klassen, die wir in unserer Standardgruppe spielen, alle nicht so die Movement-Götter sind. Und wobei, mit einem Hechser könnte das vielleicht auch gehen, ein Portal stellen oder einen dämonischen Zirkel, dann schnell rausporten. Beim DK, na gut, als Paktpartner der Venture, maybe, wenn du es super perfekt timest. Wenn du genau die Cast-Zeiten und so im Kopf hast, dann vielleicht auch einfach ein Schattentor von den Venture in so einem Moment, um diesen Schaden zu vermeiden. Ja, und du willst diesen Schaden vermeiden. Wir sehen, was hier nahezu nebenbei reinkommt bei der Gruppe, ne? Da muss unser Heiler schon ein bisschen gegenwirken. Und wenn dann dieser Smash wirklich voll in deine Fresse kracht, oh Junge, dann war der Mond in deinem Ghetto auf jeden Fall eine Geschichte, die du vergessen kannst im Vergleich, ne? Jetzt auf unseren Kollegen Pally, der taket ihn einfach. Nee, es war sogar der DK. Mensch, ich verliere da vorne langsam den Überblick, ne? Monk, Todesritter, Heiler, der Heiler derweil halber DD-Weiße, der Todesritter, ihr Meister des Kytens. Da kommen auch wieder die Gliedmaße. Seht ihr, wie schön die Gargoyles jetzt alle rangezogen werden hier Stück für Stück. Der Letzte wollte nicht, der wurde einfach unterbrochen. Und jetzt wieder Aue, Frost, Nova, hinterher Blizzard drüber. Ein Bild für die Götter, liebe Freunde. Ist denn schon wieder Weihnachten? Zumindest ist Winter, wie es aussieht. Sehr, sehr schön. Jetzt wieder auf unseren Monk, wenn ich es richtig sehe. Der wartet, tippe, schritte und rausgerollt. Oh, den hat er aber noch in die Fresse bekommen. Schade, habt ihr das gesehen? Ach, da ist er umgefallen. Da ist er umgefallen. Das war jetzt so eine Millisekunde, nehme ich mal an. Da hat er, man hat das sehr schön beobachten können. Er hat mit so kleinen Tippeschritten versucht, das Ding wirklich so sauber, wie es geht, abzulegen. Und dann, ja, kam der Boss und hat gesagt, Kollege, so nicht, ne? Für jede Sekunde, die du hier rumtippelst, dafür haue ich dir nochmal extra eine Backpfeife, genau. Eine Backpfeife zwischen die Augen, Junge. So sieht es nämlich aus. Rausgeblinkt, sehr schön abgelegt. Die Edds sind ja noch nicht tot, ne? Dann lieber den Boss so ein bisschen rausspringen lassen, bevor man den in die Millis lenkt. Und bei dem Bossleben kann man, glaube ich, auf die Edds jetzt auch verzichten. Machen sie auch. Und er ist da down. Der gute Echelon. Wunderbar. Da gab es eine Backpfeife diesmal für ihn. Und zwar auf den Rücken. Eine Rückenpfeife. Ganz gefährlich. Der nächste Mob, den nehmen sie auf jeden Fall mit. Der General mit dem großen Schwert. Das heißt, der Tank, der kriegt ordentlich auf die Fresse. Und er hat einmal diesen Terror, den er castet. Da muss man zusammenstehen. Und dann wird ein Spieler markiert. Sehr schön mit dem Eisblock komplett abgefangen. Dieser eine Spieler wird dann angecharget und in dem roten Kreis um ihn rum. Da wird dann Gruppenschaden verursacht. Deswegen sollte man versuchen, alleine zu stehen. Denn wenn die Gruppe nicht da ist in dem Kreis, dann gibt es auch keinen Gruppenschaden. Das heißt, hier wieder bei der Terrorwelle zusammenstehen. Dann wird ein Ziel markiert. Diesmal kommt da die Hand des Schutzes. Jawohl. Die fängt körperlichen Schaden einfach ab. Also da sind sie natürlich auch vorbereitet mit ihren CDs. Sehr, sehr schön. Und da hilft es natürlich auch, die eigene Klasse zu kennen. Und entsprechend eingespielt zu sein. Ja, egal an welchen Dungeon, egal an welchen Raid-Boss. Ich auch denke, wenn man damit seinen Immunitäten richtig haushalten kann, dann ist das wunderbar. Oh, unser Dudu rausgegangen. Bärengestalt an. Bisschen Rüstung und so weiter erhöhen. Sehr, sehr schön. Das geht hier von der Hand. Das ist so geschmeidig. Da war ja gerade noch der Bär. Zack, ist er wieder die Eule. Und Wahnsinn, heilt noch ein bisschen mit. Jetzt wird dieser Bonus mit dem Champion-Gelöt nochmal erhöht. Das heißt, über 70% gibt es jetzt noch mehr auf den entsprechenden Stud. Über 70% leben natürlich. Und das sind so Effekte, wo ich immer ein bisschen mit mir hadere. Wir haben auch so einen ähnlichen Schmuck vom Auge des Kerkermeisters im Raid. Im aktuellen Sanktums-Raid. Und das erhöht eben auch deinen Stud, wenn du so und so viel Leben hast. Aber wenn du dann unter eine bestimmte Schwelle fällst, dann verringert das sogar diesen Stud. Und da habe ich immer ein bisschen Schiss, gerade wenn wir im Progress sind. Wenn wir so heroische Bosse das erste Mal angehen und dann eben schwitzen an Körperstellen, die noch gar nicht entdeckt wurden, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann kann das natürlich auch blöd laufen. Wenn da jeder irgendwie mit dem Leben ringt, gerade in den letzten Phasen, wo es dann auf wenige Prozente auf ein bisschen Glück und gut laufende Cooldowns ankommt. Und dann verringerst du noch deine Stats und in dem Moment könnte eine unangenehme Geschichte werden. Aber andererseits sollte es ja in den meisten Kämpfen schon so sein, dass du nicht irgendwie auf nur 40% Leben oder so rumdümpelst. Und dann rechnet sich das natürlich wieder gegen. In der Form, dass du dann einen Großteil des Kampfes, wenn nicht sogar den ganzen Kampf überwinden, gut läuft, dass du in dieser Zeit diesen Bonus natürlich hattest und davon problemlos profitieren konntest. Wenn es dann allerdings wirklich ein Fight ist, wo man permanent Low droppt, dann könnte man da nochmal überlegen. Aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Selbst wenn mir jemand eine Statistik verlinkt, wie lang er jetzt in diesem Fight von diesem Bonus profitierte und nur da und da und da wurde es knapp. Keine Ahnung. Das fühlt sich für mich einfach ganz, ganz seltsam an. Und dann tue ich mich schwer. Deswegen mag ich solche Schmuckstücke irgendwie nicht. Und auch diese Bonus-Effekte nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Tank bin und dann sowieso gerne mal eine massive Schelle in die Fresse kriege. Und dann einfach froh bin, wenn ich überhaupt noch lebe. Egal, ob jetzt Bonus-Stat oder nicht. Und dementsprechend habe ich da so meine kleinen Komplexe und Probleme. Und immer wenn Raid-Pause war und ich habe gesehen, jemand hat diese Schmuckstücke an, dann habe ich den erstmal angehauen. Ey, bist du da oder bist du irgendwie auf Toilette? Machst du ein Brot? Und wenn er dann da war, dann habe ich auch gesagt, Bruder, du musst mir das erklären. Wie kannst du damit leben? Mit dem Wissen, dass du gleich, wenn es Kacke läuft, einfach verringert das Datsam wirst. Und dann sagt er, ja, Bro, das habe ich dann aber nur für drei Sekunden. Und dann sage ich, ja, aber diese drei Sekunden, die halten mich nachts wach. So schlimm ist es dann zum Glück nicht. Aber ja, so zerdenke ich dann diesen Kack. Ach, ich könnte es so leicht haben, Freunde. Aber nein, ich muss mich mit dem Kack einfach feindlich gesonnen haben. So sieht es nämlich aus und meine Gesinnung dann vielleicht demnächst mal überarbeiten. Dieser Boss, der kann natürlich sehr räudig werden, denn diese Geister, die machen natürlich auch nicht wenig Schaden. Wir sind immer noch auf Tyrannisch unterwegs und die müssen ja in dieser Animal, was sind das, Kanister, gelenkt werden. Und irgendwann, sehen wir schon, wird er so ein bisschen knapp mit diesen Kanistern. Das heißt, der Boss, der sollte dann langsam, aber sicher Richtung Tod geleiten, was seine Lebenspunkte angeht. Auch hier haben sie ja wieder ein bisschen was geskippt mit schönem CC, sind dann hier einfach durchgewuselt und haben dann so eine Fledermaus wieder mitgenommen, während ich über die Prozente und Schmuckstücke sinniert habe. Und wir sehen schon, dass der Boss nicht allzu viel zu lachen hat. Da gibt es definitiv auch im Single Target und auch ohne Fledermaus ordentlich in die Phrase. Da wurde einmal nicht unterbrochen, wenn ich es richtig gesehen habe. Holla, und schon sind wir bei diesen unter 70 Prozent. Oh, 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 aber unser Heiler ist ja wach, Junge. Flügelchen an, alle einmal kurz getoppt und schon fliegen vorne wieder die Richturteile und Kreuzfahrerstöße. Junge, gar kein Problem. Da wurde wieder unterbrochen. Aber das sind eben so Momente, ne? Holla, da rutscht uns allen einmal das Herz von Azeroth in die Hose. Ganz, ganz belastende Geschichte. Da wurde jetzt auch der Geist nochmal zum Container gelenkt. Wunderbar. Und wir sehen, plötzlich sind wir zwar glücklich, aber eben containerlos. Und das ist natürlich relativ doof, denn diese Geister, die werden jetzt nicht gütiger, ne? Die werden jetzt nicht netter. Die machen auch nicht unbedingt weniger Schaden. Wir sehen das schon, wie der Geist jetzt da pulsiert und tickt. Und das bedeutet, unsere Gruppe wird jetzt so ein bisschen mehr auf das Positioning noch achten müssen. Sehr schön da gerade von unserer Eule mit dem Solarstrahl unterbrochen. Die scheppert natürlich auch solide raus. Und sie haben das auf jeden Fall gut in den Griff bekommen. Aber wir haben schon gesehen, ne? Oh, oh, oh. Vorsicht mit den Geistern. Junge, wenn man da so ein bisschen zu sehr kuschelt in dem Moment aus Gründen oder von so einem Wind da reingeschossen wird. Ja, das kann schon echt kacke laufen. Aber da sehen wir direkt der nächste Kanister. Wunderbar. Und kein Problem. Das haben sie auf jeden Fall gut da in ihrer Ecke jetzt austarieren können. Ausgezeichnet. Wäre halt wirklich eine etwas schwierige bis unmögliche Mechanik, ne? Wenn wir dann nie wieder einen Kanister sehen würden, dann würde das, glaube ich, ziemlich schnell in die Hose gehen können. Weil dieser pulsierende Schaden, der ist wirklich alles andere als angenehm. Und wir sehen unser Tank. Na klar, der Meister des Kytens, der zieht den ja schnell wieder rüber. Nochmal schön die Paktfähigkeit und jetzt die letzten Prozente einmal wegsteppern. Oh, ich meinte nicht die der Gruppe. Ich meinte schon die des Bosses Holla. Also da waren jetzt aber schon ein paar Passagen dabei, wo ich dachte, Na, das könnte aber noch schnell in die Hose gehen. Aber das Gute ist, unsere Gruppe weiß das, ne? Wer plus 26 rennt, der weiß. Wenn ich jetzt einmal zu lange blinzel, dann könnt ihr alles in die Hose gehen. Und darum entfesseln sie jetzt gleich den nächsten AOE. Wir haben doch keine Zeit, Freunde. 25 von 32 Minuten haben wir schon. Wir haben Tyrannisch. Das heißt auch, der Endboss wird uns nochmal gut auf den Sack gehen. Und auch diese Passage, die kostet ja einiges an Zeit. Unser DK bemüht sich hier hinten alles schön zusammenzuziehen. Da hilft ihm natürlich auch die Paktfähigkeit wieder. Und da ist auch der Boss jetzt gleich mit reingepullt. Vorne wurde zerlegt, hinten wurde zerlegt. Junge, das ging auch unglaublich schnell. Das nervigste hier für unsere Gruppe wieder die ganzen Stürme. Aber auch die haben sie gut im Griff. Die können sie schön austarieren. Und dann geht es jetzt an den Inquisitor. Und dann fehlt nur noch unser hoher Sündenfresser, wollte ich fast schon sagen. Ja, von mir aus auch das. Von mir aus ist es der hohe Sündenfresser. Und der kriegt auch gleich noch schön eins auf den Sack. Ich freue mich auf den letzten Bosskampf. Denn auch der ist auf Tyrannisch eigentlich nicht schwer. Wenn man allem sauber ausweicht. Allerdings hat man jetzt in den Hallen der Sühne schon eine Menge Rot gesehen. Eine Menge Anima. Und verschiedene Effekte, die damit zusammenhängen. Und vielleicht ist man dann ja so ein bisschen müde, was das angeht. Und denkt sich, ja, ich weiche nochmal aus. Ach und hier, dieser rote Strahl. Und da fliegen die Statuen. Da musst du auch nur einmal ungünstig blinzeln. Und schon liegst du im Dreck. Das ist ein tyrannischer Endbosskampf. Das bedeutet, wenn du einmal verkackst, dann liegst du höchstwahrscheinlich im Dreck. Das haben wir vorhin bei unserem Monk gesehen. Der es nur gut meinte und dann doch mal die Fähigkeit ein bisschen zu unerwartet gefressen hat. Und wenn der Kampf jetzt lang genug dauert, dann sinkt irgendwann die Überlebenswahrscheinlichkeit von jedem von uns auf Null. Denn irgendwann wirst du einen Fehler machen. Irgendwann wird die Aufmerksamkeit nachlassen. Und deswegen hoffen wir, dass unsere Gruppe schnell genug dem Boss Herr werden kann. Und dass sie sich um diese Geschichten keine Sorgen machen müssen. Die negativen Effekte der ausgelassenen Torgas-Generäle sind natürlich jetzt auch aktiv. Das ist zum Beispiel eine ganz ordentliche Verlangsamung. Das sehen wir schon, wie die Tippelschritte jetzt hier gemacht werden. Und das kann in diesem Fight natürlich auch wirklich reulich sein. Aber die Zeit, die sie da eingespart haben, die wird sich hier anscheinend ganz brauchbar gegenrechnen. Junge, unser Magier kann gerade rausrotzen. Nichts, was ihn irgendwie stört. Nichts, was ihn behindert. Die Meleys müssen vorne aufpassen. Aber ansonsten war es das auch. Oh ja, die nächste Statue. Also lieber doch so ein paar Schritte noch nebenbei immer mal machen. Die Position etwas verändern, wenn es sich gerade anbietet. Oh, jetzt vielleicht ein Blink. Jawohl. Da passt er natürlich jetzt auch doppelt und dreifach auf. In diesen Situationen brauche ich den Blink jetzt wirklich zurück zur Ausgangsposition. Sehr, sehr schön. Schaden von der Statue vermieden. Weil, wenn er jetzt hier aus Lust und Jux und Tollerei Wüß hin und her blinzelt, naja, dann hat er den vielleicht nicht mehr ready, wenn genau so eine Situation eben kommt. Und dann wird er slow dich höchstwahrscheinlich hops nehmen. Jetzt kommt der Kampfrausch. Jetzt kommt nochmal die heiße Phase. Jetzt wird alles eingeworfen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und es wird mies reingescheppert. Ich sehe sogar gerade, wenn ich mich nicht irre, dass unser Magier tatsächlich auch dieses Augenschmuckstück anhat. Was genau diesen prozentualen Bonus dann eben mit sich bringt, wenn du selber bei guter Gesundheit bist. Also wir sehen, die Spieler, die sich hier auskennen, die Spieler, die solche Keys rennen, die lassen sich davon gar nicht so beeindrucken wie ich. Die denken sich, Bro, da wird einfach reingescheppert. Und bevor ich hier irgendwelche Minusprozente mitnehme, tut er natürlich den Boss. Und dann kriegt dich so, dass seine ganze Familie leidet. So sieht es nämlich aus. Ja, und das ist die Motivation, die wir brauchen mit diesen Schmuckstücken. Ist einfach so. Und darum bin ich auch nur HeartSea Raider. Da ist es nämlich scheißegal. Da mache ich manchmal was ohne Schmuckstücke, Freunde. Was soll der Geiz, oder? Weil wir es uns leisten können in einer HeartSea Gruppe. Lul. Hier sieht es allerdings anders aus. Wir haben es gesehen, wie schön kollektiv jetzt geflohen wurde. Da ist nichts mit, ja, ich bleib mal drin stehen, ne, so schönes Wetter heute. Nein, da muss das alles funktionieren. Auch unser DK kriegt wieder ordentliche Schellen. Aber als Todesräder hier, na klar, mit der Antimagischen und so weiter. Da macht er sich doch gar keinen Lachs, Freunde. Da macht er sich lieber einen schönen Heilbutt. Und dann läuft das hier mit den Heels. Ist ja ein Blutiker, ne. Da hat man es mit der Heilung auch immer. Vor allem, wenn wir ins Heilungsmeter sehen, ne. Dann muss man sich da auch keine großen Sorgen machen. Da ist ja selber der Heilbutt, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, in dem Moment wurde die eisige Gegenwehr angeworfen. Denn der soakt gerade. Seht ihr das? Die stehen gar nicht so richtig verteilt an den Statuen. Und wenn man in dem Boss drinnen steht, so wie sie das gerade machen, dann kann man mehrere dieser Animal-Leitungen, diese Animal-Linien, die sonst mit den Statuen verbunden werden, absorbieren. Und das heißt natürlich, dass einer, zum Beispiel der Tank, ja, oder jemand mit einem mächtigen, perfekt passenden Dev-CD, dass der sich einfach richtig stellen muss. Und kann dann mehrere von diesen Strahlen absorbieren. Und das sollte man tun, wenn die die Statuen erreichen. Gibt es nämlich fetten AOE. Das will man natürlich vermeiden. Und dementsprechend kann man da als Todesritter mit der eisigen Gegenwehr, mit der antimagischen Hülle, mit der antimagischen Barriere und so weiter, ne. Natürlich wirklich diese Last auch ziemlich lang allein tragen. Und diese Phase somit wunderbar überbrücken. Gerade wenn die Ranges, wie auch die Meleys natürlich, zu Tode gesloten sind. Und dann nicht schnell genug da wären, um diesen Job eben zu übernehmen. Da sollen die natürlich lieber Schaden drücken. Und dann muss man als Todesritter und auch als Heiler halt mal ein bisschen schwitzen in dieser Phase. Aber wir haben es gesehen, wenn alle aufpassen, wenn das bekannt ist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, diese Phase zu überbrücken. Sie haben jetzt noch gut über eine Minute Zeit, aber die werden sie nicht mehr brauchen. Kleiner Spoiler. Der Boss ist jetzt auf 2%. Und wenn jetzt nicht alle die Statue fressen, da wird nochmal geblinkt. Jawohl, da steht auch nochmal die antimagische Hülle. Und dann war es das für den Endboss, Leute. Plus 26 in Time. Ihr geisteskranken Hunde. Was für ein wahnsinniges Replay. Wait. Da fehlen noch Prozente. 0,4%. Lauft. Ihr habt keine Zeit mehr. Warte. Nein. No way. No way. Oh mein Gott, wie er hin und her tippelt, ne? Die letzten Sekunden. Come on. Haut sie raus. Keiner hat mehr irgendwas ready, ne? Alles wurde gerade in den Boss gepflegt. Oh mein Gott. Let's fucking go. Unser Dodo hatte noch die Paktfähigkeit ready. Okay. Okay, das war, das war knapper jetzt nochmal als erwartet. Also es ging jetzt zum Glück nicht um drei Sekunden oder so, ne? Die hatten noch was, also irgendwie mehr als eine halbe Minute. So alles cool, aber wir haben es gesehen an den Tippelschritten, ne? So ein bisschen Nervosität war dann doch noch da. Holla. Leute. Was war da denn los? Oh mein Gott. Da war was falsch eingestellt. Ah. Da war was falsch eingestellt. Ja, man kann ja mit diesen Planungstools die Gruppen entsprechend berechnen im Vorfeld, ne? Was nicht wie Prozente bringt und wen man mitnimmt und nicht. Und da war das Addon, wenn ich es richtig gesehen habe, noch auf Verstärkt und Anstacheln und so eingestellt, ne? Und da kann sich ja je nachdem dann so ein bisschen was verändern. Auch früher dann mit Wimmelnd und so weiter. Oh damn, Leute. Ich finde es ja super. Passiert den Besten, ne? Passiert den Besten einfach. Ich dachte auch schon, dass das gar nicht sein kann. Ich habe die Optionen gar nicht im Hinterkopf gehabt, ne? Von wegen, ja, ja. Hier der Dungeon irgendwie von der Gruppe. Da ist jetzt fertig. Auf einmal fliegen die nach vorne. Ich denke, hä? Lull, da fehlen noch die Prozente, Junge. Aber am Ball bleiben, nochmal locker und entspannt durch die Hose atmen. Und dann wird das auch. Was für ein großartiger Key. Ich hatte super viel Spaß mit diesem herrlichen Gameplay. Ich hoffe, euch ging das ähnlich. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschicken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis denn. Tschau. Und bis denn. Vielen Dank.